Hallo, ihr Landratten und Weicheier. Genau, willkommen zurück. Wir haben gerade den Schwertmeister besiegt. So ist das. Jetzt müssen wir den scheiß Wicht zurückfinden. Wir haben da Püppi eingeheilt. Wir haben da mal ein richtiges Schwert gezeigt. Bitte, dies ist eine jugendfreie Sendung. Ich würde dich doch... Oh, nette. Kann ich denn da auch immer wieder zurück? Lass mich mal gucken. Weil ich wollte, dass sie mich doch noch mal etwas untersuchen. Was ist denn das hier eigentlich? Warte mal eben. Lass mich mal was gucken. Ich wusste doch, dass ich da was gesehen habe. Guck mal hier. Da gibt es nämlich so Blümchen. Die wollte ich mir angucken. Da hatten wir nämlich in der letzten Folge keine Zeit. Nein, was sind die schön gelb. Jungen, Guybrush, nimm mit. Ich dachte, die war ein Bruder. Gelbe Blume. Entschuldigung, ich habe da wieder diesen Pfeil. Jetzt haben wir gelbe Blume. Schön. So. Gut. Ich wusste doch, dass da irgendwas war. Siehste wohl. Hehe. So. Dann wollen wir da auch wieder raus. Und ich würde sagen, wollen wir mal die drei Piraten besuchen gehen in der... Ja. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Ich habe nämlich die Schwertmeisterin besiegt. Auf Wiedersehen. Da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. So. Jetzt gehen wir wieder in Urt. Mehr Sonn vom Urt. Wir trafen Spurt. Wir fahren Sontags mit dem Raiderfurt. Juhu. Hahaha. Das war ein sehr schlecht imitierter oberhessischer oder sonstiger Dialekt. Ich habe keine Ahnung. Alle Wetterauer mögen mir verzeihen. Für diesen ganz großen, schlechten... Ja. Blödsinn. Das war irgendwas oberhessisches, aber egal. Ja, ist mir auch völlig egal. So. Guckt mal. Äh, äh, hier. Guckt mal, was wir haben. Wir haben ein gelbes T-Shirt. Guckt mal euch das an. Gut, du hast die Schwertmeisterin besiegt, oder? Ja. Du bist ein starker Kerl. Und das T-Shirt, wir haben, weil, wir haben selber jeder eins. So, so. Aha. So, wollen wir doch mal die Stillerei abfragen? Ja. Ja, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. So, wie war das mit der Stillerei? Mach du den. Die Gouverneurin hat das Idee, da viele Hände in einem Schaukasten in ihrem Land sitzt. Genau. Das war's. Wir mussten an den Wachen vorbei. Das hatten wir auch schon. Ich kann leider nicht wegklicken. Und jetzt müssen wir die Hunde überlisten. Hm. Okay. Na, guck mal, wer das anstellt. Die sind bissig. Ähm. Ach, nee. Vielleicht kannst du... Bestau... Betäuben. Betäuben. Ja. Okay. Alles klar, dann gehen wir mal wieder. Lass uns mal kurz ein Inventar checken. Lass uns mit unserem Rock allein. Juh, ey. Mach's nicht schon mal geil. Schau, spiel doch mal rein und erzähl uns, wie es läuft. Hey, ho. Hey, ho. Wir sind vergnückelfroh. Aber das ist ein anderer Film. Ja. Der Captain Hook ist immer noch dort oben und dreht sich. Der muss ja schon sowas von übel sein. Was ist denn das jetzt eigentlich für eine Blume hier? Die wollte ich mir noch mal näher angucken. Ein bestechend starkes Gelb. Okay. Was haben wir noch? Tagesordnung steht. Schaufel. Fleisch, einen Topf. Also wir haben auf jeden Fall einen Fleisch, einen Topf. Das ist vielleicht für die Hunde ganz gut. Wir versuchen unser Glück. Ja. Wir wissen ja, wo das Haus von der Gouverneurin ist. Da sind wir ja schon diverse Male. Ich weiß es schon. Du, ich habe so viele Adventures gespielt, dass ich mit der Zeit, ich sag mal, so ein einigermaßen Orientierungssinn entwickelt habe, wo was ist. Aber auch nicht in allen und auch nicht immer. Und manchmal verlaufe ich mich dann doch und überhaupt. Ja. Genau. Ach ja, jetzt kommt es mir urbekannt vor. Genau. Da ist nämlich das Haus von der Gouverneurin. Und jetzt gehen wir da hin. Palast. Ja, ein richtiger Palast. Oh, was sind denn das hier auch? Wir sind Pudels. Aber wir sind doch süß. Das sind doch so kleine Pudelchen. Tödliche Piranha-Pudel. Komm, denen geben wir jetzt einfach mal den Fleisch eintopfen und gucken, ob das was wirkt. Aha. Und dann können wir da vielleicht reingehen, ne? Ich glaube, das war wohl nix, oder? So war ein Topf jetzt weg. Ah ja, der ist jetzt weg. Also das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Ihr Lieben, wir laden noch mal kurz neu gehen an diese Stelle und sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, das war wohl ein Satz mit X hier. Ähm, nur den Fleischeintopf geht nicht. Ich habe auch Gott sei Dank gerade abgespeichert. Das Huhn? Hm. Vielleicht das Huhn? Kannst du mal probieren? Nee, das werden die nicht wollen. Also das Fleisch war schon gut. Äh, was ist denn eigentlich, was ist denn mit dieser Blume eigentlich? Der ist eine gelbe Blume. Ein bestechend starkes Gelb. Hm. Vielleicht, wenn, ha, warte mal. Weil was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Oder benutze Schwert mit den Kötern hier. Nein, will er nicht. Das ist, ha, ha, das ist ja grausam. Okay, also dann habe ich nur noch eine Lösung hier, dass wir die Blume mit vielleicht dem Fleischeintopf benutzen. Vergiftetes Fleisch. Und das ist nicht grausam, oder wie? Nee. Ich glaube es ja wohl nicht, oder? Aber sterben sie sanft. Boah. So. Vielleicht schlafen die ja, oh Gott, oh Gott, die armen Tiere. Das finde ich ja furchtbar. Diese Hunde sind nicht tot, sie schlafen. Bei der Programmierung dieses Spiels wurden keine Tiere gequält. Das ist ja geil. Wie süß. Okay. Keine Angst zu haben. Ähm, ich würde hier jetzt gerne auch nochmal eine Live-Speicherung vornehmen, weil ich nicht sicher bin, was uns da passiert. Das mache ich normalerweise nicht, aber jetzt gehen wir da rein. So. Weil die hat ja das Idol. Oh, wie schön. Wow. Wollen wir uns erst mal umgucken? Ja, klar. Ja, erst mal alles angucken, ne? Schau an Vase. Wir schauen an Vase. Oh, da ist was Giftisches drin. Haha. Eine Giftschlange. Ja, genau. Und. Und wir gucken uns auch das Gemälde an. Ich erkenne den Mann nicht, aber den Hund habe ich in der Bar gesehen. Aha. Oh, das ist bestimmt LeChuck, der Tote. Und vielleicht ist das der Hund von LeChuck. Da lieben. Hier, Bücher, Bücher. Oh, toll. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Schließ uns ein Märchen vor. Keine Zeit zum Lesen. Gib's zu, du kannst gar nicht lesen genau. Oh, was ist denn das? Hier ist ein Buddelschiff, aber das kann ich leider nicht angucken. Da oben ist noch eine Tür. Was? Geht's hier denn noch weiter? Ja. Oh, dann erkennten wir das immer, was wir stehlen müssen. Du, das Idol, das ist bestimmt irgendwo hinten. Ich weiß aber nicht, ob es nicht mehr geht. Hier geht's nicht mehr weiter. Okay. Gut, dann würde ich doch mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Wobei ich natürlich doch Grongs Let's Play mir mal irgendwann vor Urzeiten angeschaut habe. Und da war das drin. Aber ich habe das wieder vergessen. Und jetzt öffnen wir diese Tür. Und gehen da einfach mal rein. Oh, da kommt einer. Der Polizist. Das bist du. Sieht aus wie ein Job für feiner Schein-Sport. Fester Schein-Job heißt ja dringend anerholt. Au! Wham! Wham! Boom! Was geht jetzt automatisch? Crash! Schmack! Bang! Hypnotisier eigenwilliges Nashorn. Hypnotisier eigenwilliges Nashorn. Was war das denn? Nein! Nicht den roten Knopf. Nicht den roten Knopf. Oh, du Scheiße! Was passiert denn hier? Scheiße! Oh Gott, schau an! Ja, gefährliches Lama. Ein großes hessliches Lama mit Wachsle... Drücke wahnsinnig gefährlich. Drücke wahnsinnig gefährlich. Ja! Ich kann es nicht bewegen. Oh Mann! Ziehe! Ja, ziehe! Ich kann es nicht bewegen. Oh, Schande! Was ist das denn? Gehe zu. Gehe mal weiter. Nimm Heftklammerentferner. Ja, den nehmen wir. Benutze Heftklammerentferner auf. Gefährliches Lama. Ja! Ja! Hurra! Wow! Oh! Du, das ist... Oh Gott! Ach, das fand ich jetzt auch... Du! Nimm Buch der Witze! Ja! Das werde ich versuchen. Ich muss wahnsinnig sein. Ja, wir müssen auch wahnsinnig sein, so ein Spieße schlagen. Oh, das war da wieder so hinten rein! Nimm Wachslippen! Gehe zu. Oh! Ar... Argel! Maulwürfel! Ja! Nimm! Nimm Nagetierspray! Ja, nimm alles! Benutze Nagetierspray mit Maulwurf! Ja! Ja! Tu es! Mit... Noch ein Maulwurf! Ja! Tu es! Oh mein Gott! Nun... Mit Maul... Ja! Mit witziger kleiner Mann! Ja! Was passiert da jetzt? Crash! Und sehen wir das denn? So eine Scheiße! Das ist doof! Saghaft, das ist... Ja! Nimm's, nimm's, öffne! Schloss! Ich krieg's nicht auf! Scheiße! Warum nicht? Mach! Oh, oh! Nimm schweren Stuhl, genau! Benutze schweren Stuhl mit Sheriff! Ja! Ja! Mein Gott! Das sollte ihn eine Weile aufhalten! Ja, und wo ist jetzt das Idol? Wenn ich nur eine Pfeile hätte, käme ich an das Idol. Ach du Scheiße! Was? Und wo habe ich jetzt eine... Wo finde ich denn jetzt eine Pfeile? Ach du Schande, ihr Lieben! Wisst ihr was? Wir suchen die Pfeile in der nächsten Folge. Wir machen diese etwas kürzer. Dafür waren die anderen etwas länger. Und wir sehen uns dann wieder und gucken, ob Guybrush das Idol findet oder nicht. Bis dann! Genau! Ja! Ja! Ach Gott! Oh!